Herzlich Willkommen auf meinem Kunstkanal LRDV. Die Farben sind meine große Leidenschaft, die Farben und die Natur. Hier auf meinem Kanal in der Aquarellschule LRDV möchte ich dich für die Kunst begeistern, ein bisschen von meiner Leidenschaft weitergeben, weil in jedem von uns schlummert ein Künstler. Du musst ihn nur entdecken in dir. Malen macht glücklich, macht frei, beruhigt. Mit meinen Bildern hier möchte ich dir Mut machen, es auch zu wagen. Es ist überhaupt nicht schwer. Mach einen Anfang, beginne. Ganz zu Beginn meines Kanals habe ich sehr viele Videos hochgeladen, gerade für Anfänger in der Malerei, sehr einfach aufgebaute Bilder. Natürlich findest du beides bei mir, Bilder mit schwierigerem Aufbau und eben auch ganz schlichte, einfache Bilder. Gemeinsam haben alle, dass sie recht klar aufgebaut sind, immer nach demselben Schema, gerade die Landschaftsbilder, die haben immer denselben Duktus, dass ich nass in nass beginne und von hinten nach vorne den Aufbau tätige. Also wenn ihr da ein bisschen Geduld habt und Mut und ein paar Bilder ausprobiert und versucht, kann wirklich nichts schief gehen. Ihr findet bei mir Tutorials zu Pinseln, Tricks, Farben, Figürlichem, ganz viel Landschaften, auch Porträts. Das Thema Wasser und Bäume ist sicher eines meiner größten Themen. Wenn du Videos in Echtzeit und Stimm unterlegt haben möchtest mit genauen Erklärungen und Beschreibungen, dann besuch mich auf Patreon. Nun zwei Videos zu Porträts und Landschaft. Das Thema Wasser und Bäume ist sicherlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020